willkommen zurück eine neue folge woe rev of the lich king classic mit unseren phase 4 eisgrund citadellen guides wir haben jetzt zwei flügel nämlich die solchen werke und die blutroten hallen bereits abgeschlossen und kommen jetzt zum dritten flügel nämlich zu den frost wing hallen und müssen da zwei kämpfe mit bzw gegen drachen veranstalten der erste kampf wird mit einem drachen sein obwohl dieser mehr oder weniger passiv ist nämlich wir haben hier validria traumwandler das ist der grüne drachen den er hier am eingang des raumes seht ihr seht auch der wird versucht von diesen lichs hier zu korrumpieren und wehrt sich dagegen der drache ist schon auf 50 prozent lebenspunkte heruntergebracht wurden und eure aufgabe im kampf wird es sein den drachen wieder voll zu heilen deswegen ist das ein heilungskampf was müsst ihr hier machen das sind nämlich etliche millionen lebenspunkte die ihr hier hoch heilen müsst und zwar werden in regelmäßigen abständen portale in der nähe des drachens auftauchen und in die portale gehen heiler hinein am besten heiler die sehr hohe direkt zauber haben weil eben diese direkt zauber besser geboostet werden als hotz das bedeutet ihr schickt da sowas rein wie ein parla heiler ihr könnt rein schicken den schamanen heiler gegebenenfalls noch einen heiligpriester aber druiden und des sie und sowas ist da weniger geeignet für die schickt ihr rein und die heiler müssen dann in dem smart grünen traum in dem sie sich dann befinden schwebende grüne wolken sammeln ihr könnt mit der leertaste springen und dann schwebt ihr und dann werdet ihr mit den grünen wolken einen heilbuff bekommen und damit macht ihr immer mehr und stärkere heilung beziehungsweise auch schaden aber das ist eher für die heiler jetzt hier gedacht weil der kampf ist gewonnen sobald ihr den drachen hoch geheilt habt wichtig auch hier der heilbuff läuft nur eine gewisse zeit das heißt ihr müsst euch gut absprechen dass ihr da den buff nicht auslaufen lässt eure heiler müssen da auf zack sein und ordentlich die stacks einsammeln dann gibt es natürlich auch noch gegner so wäre ja der kampf zu einfach wenn man einfach 25 heiler mit rein nimmt es gibt verschiedene gegner und die kommen aus diesen ja aus diesen gittern die hier in am rand dann zu sehen sind im kampf video werdet ihr das dann auch sehen es gibt als erstes mal lodernde skelette die haben eine schadens aura die redweit ist und die auch den boss mit beansprucht die sollten als erstes getötet werden weil das den kampf unnötig in die länge zieht dann gibt es sogenannte unterdrücker das sind so kleine springende männlein die kennt ihr schon aus aus der eiskrone aus dem gebiet die gehen direkt an den boss ran und wirken einen heil debuff auf ihn die sollten von den dds schleunigst getötet werden die könnt ihr auch nicht tanken die einfach umhauen als nummero drei jetzt werden die tanks schon mal in anspruch genommen das sind zombies die sollten vom tank eingesammelt werden und die verursachen den tank debuff und explodieren vorm tod das heißt die milis oder beim tod das heißt die milis sollten dann abstand halten wenn die kurz vorm ersterben sind und die sollten auch schnell umgehauen werden dass der tank debuff nicht zu hoch wird dann haben wir erzmagier die sind ganz fiese möps die machen frostblitze die können wir kicken und dann machen sie aber auch mana leeren und eissäulen das sind beides bodeneffekte unterhalb von spielern da schnell rauslaufen wenn man in die mana leeren drinnen stehen bleibt wird eines mana ausgesaugt und bei der eissäule wird man nach oben geschmissen und erhält fallschaden sollte man vermeiden und dann gibt es noch monstrositäten die sollten vom raid weggedreht getankt werden hauptfokus hierfür die tanks die machen eine magesäure atem das sollte nur der tank abbekommen und wenn die sterben kommen faulwürmer aus denen raus und die sollte man möglichst schnell weg auen am besten auch mit slows arbeiten weil die mit ihren mili attacks auch noch mal nen dort auf euch draufsetzen was gibt es veränderungen im hc da ist nicht so viel was sich ändert in dem portalen werden diese grünen wolken nun zu roten wolken die haben die gleichen fähigkeiten nur dass die heiler zusätzlich noch einen schadens debuff mit einem dot drauf bekommen das heißt ihr solltet dann darauf acht geben euch auch selber mal hoch zu heilen gegebenenfalls die heiler schön vollhotten als droiden bevor sie in die portale reingehen und was auch noch interessant ist für den hc modus das validria während des kampfes ständig an hp noch verliert das heißt der kampf verlängert sich einfach ihr werdet das dann im fight so richtig schön sehen am anfang passiert quasi gar nichts mit dem lebensbalken da bleibt fast die ganze zeit auf 50 prozent kann sogar sein dass er unter 50 prozent geht und sobald eure heiler genügend stacks gesammelt haben ist das ding innerhalb von 20 oder 30 sekunden auf 100 prozent hoch das ist so eine richtige exponentielle explosion könnt ihr sagen die ihr dann habt aber ihr müsst das halt richtig spielen und die stacks dürfen nicht auslaufen okay dann schauen wir uns das doch mal im video an hier sind wir wieder in dem video von mmozone.de zuerst schauen wir uns mal die ganzen ads an also der drache hier in der mitte hier drüben seht ihr kommt schon die erste monstrosität raus hier kommt so einen so eine map raus der an den boss ranläuft und den boss mit einem heil debuff versieht ihr seht man kann die stückweise stannen aber ansonsten killen frost magier hier immer unterbrechen und schleunigs töten da die hier auch keine ja nur wenige melee attacks machen ist es bei denen nicht ganz so wild wenn man den dd aggro zieht bei den monstrositäten und zombies sollte das nicht passieren hier seht ihr die portale wo die heiler dann reingehen und sich die debuffs holen und ihr teilt euch am besten immer halt so auf dass ihr eine gruppe habt die links die ads einsammelt und eine gruppe hat die rechts die ads einsammelt jeweils mit einem tank und dds und eben den heilern die nicht mit runter gehen durch die portale und die anderen heiler dann gehen durch die portale ihr habt gerade die eissäule gesehen die hier hoch springt ja so ein mörderischer zombie da aufpassen mit mit dem tank debuff die schnellst möglich killen und man merkt je länger der kampf dauert um so um so schneller kommen die etwellen und es gibt dann auch etwellen wo so monstrositäten und zombies gemeinsam sind dann solche skelette die eben hier diesen reidweiten aoe casten ihr seht wie viel die explosion von so einem zombie ausmacht das sind sind dann schon brücken die ziemlich unangenehm sein können jetzt springen wir mal kurz weil viel was anderes passiert hier nicht jetzt springen wir mal kurz zu einem punkt im video hier was passiert in der traumwelt wenn ihr als heiler darunter geht ihr seht die portale werden hier ein bisschen aufgebaut und sobald sie aktiv sind kann ein heiler runter gehen und er findet sich dann quasi in dieser traumwelt wieder und ihr müsst dann diese wolken hier einsammeln einfach hinfliegen und die wolken dann quasi explodieren lassen so dass ihr den buff immer schön abbekommt ihr könnt auch glaube ich zusammen hinfliegen so dass ihr beide direkt den buff abbekommt und dann seht ihr wieviel ihr für einen stack allein schon bekommt ihr regeneriert mana und eure heilung ist dann noch mal um zehn prozent erhöht und den buff müsst ihr euch als heiler gut besorgen damit ihr den kampf auch überstehen könnt okay das war's von valetria traumwandler der vorletzte oder der erste und vorletzte boss im frostwing in den frostwing hallen in der nächsten folge schauen wir uns sind dragosa an was dann der letzte boss vor dem lichtkönig sein wird ich hoffe euch hat das video gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei wenn es in icc weitergeht bis zum nächsten mal ciao